Hallihallo! Special Guest Number 3 heute am Donnerstag für diese Woche. Viel Abwechslung diese Woche. Heute mit Matze. Heißt wird ein Profi-Workout. Also, wir beginnen mit einer Kniebeuge. Matze zeigt das mal so ein bisschen hier von der Seite. Ihr geht richtig runter, setzt euch hin, macht euch lang, macht ein Klappmesser. Zieht die Beine wieder ran, steht auf Wiederholung Nummer 1, zeigt das nochmal. Hinlegen, Klappmesser, Beine ran und hoch. Zeigt mal eine Variante mit dem Klappmesser mit angewinkelten Beinen, also für die, die das mit den ausgestreckten Beinen vielleicht nicht so gut schaffen. Macht euch hier trotzdem lang, Beine ein bisschen angewinkelt ist ein bisschen leichter. Und beim Hochkommen könnt ihr euch mal mit einer Hand abstützen, dann beim Beine wieder ranziehen, Beine ranziehen und mit einer Hand abstützen. Genau, sehr elegant. Also, ihr habt das Konzept verstanden. Wer nicht alleine hochkommt, stützt sich mit einer Hand etwas ab. Und ihr macht davon 10 bis 20 Wiederholungen und schaut mal, dass ihr eure 5 bis 10 Runden auf jeden Fall schafft. Bis morgen.